Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Heute wieder mit einem sehr, sehr wichtigen Video, weil heute erkläre ich euch, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr beim Weltboss einen Drop bekommt. Da wurde nämlich jetzt endlich die Wahrscheinlichkeit offengelegt vom Entwickler. Das heißt, da wissen wir jetzt ganz genau, bei welchem Weltboss, wie wir agieren müssen, um die maximale Prozentzahl zu bekommen. Das ist sehr wichtig für euch. Und ich erkläre euch, wo ihr Fragmente farmen könnt von den Erzbossen. Also gehen wir direkt rein. Also, wie gesagt, der Entwickler hat die Wahrscheinlichkeiten offengelegt, wie wir bei einem Weltboss, egal ob Frieden oder PvP oder Gildenboss, Items bekommen. Und hat es unterteilt, so wie es ja auch ist, in einmal die Waffentrops und die Rüstungstrops. Das ist nämlich ein Unterschied. Waffentrops werden anders berechnet als die Rüstungstrops. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und man kann auch niemals beides auf einmal bekommen. Das bedeutet, wenn ihr die Waffe bekommt, bekommt ihr auf jeden Fall nicht die Rüstung und auch andersrum. Als erstes wird geschaut, wer kriegt denn die Waffe. Und das wird tatsächlich daran bemessen, wie viel Beitrag, so nennen sie es, ihr zum Weltboss dazu beitragt. Das bedeutet, wie viel Schaden ihr macht, rein übersetzt. Und beim Healern, wie viel Schaden ihr macht, plus wie viel ihr heilt. Ripp an alle Tanks. Tanks, die machen ja per se weniger Schaden, machen dann auch weniger Beitrag, haben eine weniger hohe Chance, Items bei Weltboss zu bekommen. Da habe ich schon von einigen Tanks gehört, dass das eine absolute Frechheit ist. Da kann ich euch nur empfehlen, baut euch auf euren Tanks einen zweiten Build auf, der einfach maximalsten Schaden macht. Und ja, haut mit dem Schaden gegen die Weltbosse und spielt dann ansonsten Tanks so ähnlich, wie ich es auch gemacht habe. Ich habe ja hier normal mein Magier-Bild. Der ist ganz gut, der ist tanky, der kann healen, der macht ein bisschen Schaden. Und dann habe ich ja hier den Dagger-Armbrüste-Bild, der unfassbar viel Schaden macht. Habe ich jetzt nicht per se gemacht für die Weltbosse, sondern einfach so, weil ich es cool fand. Aber passt jetzt eigentlich auch ganz gut ins Thema rein. Das bedeutet, am Ende, sagen wir mal, ihr habt 3% Beitrag geleistet, also 3% Schaden gemacht oder 3% geheilt. Wie genau das gerechnet wird, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall 3% Beitrag. Dann habt ihr eine 3% Chance, das Item, also die Waffe zu erhalten vom Weltboss oder vom Gildenboss. Anders sieht das bei der Rüstung aus. Die Rüstung wird einfach flat random an alle verteilt, die am Kampf teilgenommen haben. Bedeutet, da ist es egal, wie viel Schaden ihr gemacht habt oder auch nicht Schaden ihr gemacht habt. Da wird einfach geguckt, wie viele Leute sind da. Geteilt durch 100, Prozentzahl und jeder hat dann die Prozentzahl, die Chance, das Item zu bekommen. Ich hatte ja damals auch die Phantom-Wolf-Maske bekommen bei einem Weltboss. Das bedeutet, damals hatte ich auch einfach Glück und habe random diese Maske bekommen. PVP-Bosse, Leute, das ist der übelste Scam, den es gibt. Und ich bin richtig froh, dass ich mir das nie angetan habe und zu einem PVP-Boss überhaupt hingegangen bin. Weil, wenn ihr jetzt erfahrt, wie der Loot von PVP-Bossen berechnet wird, dann schlackert ihr mit den Ohren. Also, stellt euch vor, 100 Leute sind bei einem PVP-Boss, unterschiedliche Gilden. Dann wird wieder geschaut, wie viel Beitrag habt ihr zu dem Boss geleistet. Und diese Beiträge werden dann auf die ganze Gilde gerechnet. Stellt euch also vor, um es zu vereinfachen, es gibt Gilde A und es gibt Gilde B. Gilde A hat 70% Beitrag geleistet, also 70% des Charts gemacht. Und Gilde B hat nur 30% gemacht. Das bedeutet, die Drops gehen zu 70% an Gilde A und nur zu 30% an Gilde B. Dann wird geschaut, sagen wir mal, Gilde A bekommt die Drops. Davon haben 20 Leute mitgemacht. Dann wird unter diesen 20 Leuten random verteilt, egal wie viel Beitrag jeder geleistet hat. Es geht also bei PVP-Bossen nur darum, welche Gilde die Drops bekommt. Und dann wird es in der Gilde an den Leuten, die teilgenommen haben, random verteilt. Aber jetzt kommt, wenn ihr im PVP-Boss sterbt, verliert ihr 70% eures geleisteten Beitrags. Stellt euch also vor, ihr habt 2 Minuten auf den Boss eingeschlagen und 100.000 Schaden gemacht. Und dann sterbt ihr, egal ob von dem Boss oder von einem anderen PVP-Spieler. Dann verliert ihr 70% von eurem Beitrag. Das heißt 70.000. Das kann, wenn das mehrere in der Gilde sind, natürlich ganz wichtig sein. Und wieso, denke ich jetzt, ist das ein Scam und ganz, ganz schlecht? Stellt euch vor, ihr seid in einer Gilde mit 10 Leuten, wovon gerade 2 Leute online seien. Stellt euch vor, ihr seid in einer Gilde mit 70 Leuten, wovon 70 Leute online sind und 70 Leute die übelsten PVP-Schwitzer sind. Und die gibt es. Ihr müsst nur mal schauen, wer auf der Weltkarte hier diese Segenssteine besetzt oder in eurem Server die beste Gilde ist. Davon sind immer 50, 60, 70 Leute bei diesen PVP-Events und holen sich da den Loot raus. Natürlich wird es dann in der Gilde nochmal verteilt, aber der Loot bleibt in der Gilde. Und umso mehr Loot diese Gilde bekommt, umso stärker wird diese Gilde natürlich auch. Aber ich glaube allgemein ist einfach das Wichtige, dass einfach 70 oder über 60 Leute dann bei dem Boss sind und dann alles andere einfach wegrasieren, weil es einfach so eine immense Masse an Leuten ist und es dann quasi zu einem Gildenboss wird. Also ich rate sie jedem, der nicht zu so einer großen Gilde gehört, verzichtet auf die PVP-Bosse, weil es unfassbar, unfassbar, unfassbar unwahrscheinlich ist, dass ihr da überhaupt was rausbekommt. Selbst wenn ihr alleine reingeht und ihr werdet nicht einmal getötet und macht 100.000 Schaden. Die Gilde macht aber 10.000.000 Schaden, dann habt ihr eine 1% Chance oder 0,1% Chance, ich will jetzt nicht so schnell im Kopf rechnen, dass sie überhaupt den Loot bekommt. Deswegen spart euch die Zeit und geht gar nicht erst zu PVP-Bossen. Bei Gildenbossen ist es genauso, wie ich es gerade bei den Friedensbossen gesagt habe. Da wird einfach geguckt, wer hat den meisten Beitrag gemacht. Der kriegt die Waffe oder hat eine hohe Chance auf die Waffe und die Rüstung wird dann unter allen verteilt, die überhaupt mitgemacht haben und Beitrag geleistet haben. Das ist es im Wesentlichen zu der Loot-Verteilung. Ich habe euch einfach mal den Beitrag unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr das selber nochmal nachlesen wollt. Ist ein relativ langer Text, aber im Prinzip wisst ihr jetzt das Gröbste und das Wichtigste. Und jetzt gibt es ja noch eine Sache, die ich nicht angesprochen habe und das sind die neuen Erzbosse, weil jeden Samstag und jeden Mittwoch kommen ja jetzt Erzbosse. Hier die nächsten beiden sind PVP, da wisst ihr ja schon, da können wir uns einfach raushalten, weil das macht absolut keinen Sinn. Da werden 5 riesen Gilden sich gegeneinander total umbringen und wenn ihr da überhaupt irgendeinen Beitrag leistet, dann wäre das schon ein Wunder. Deswegen spart euch die Zeit da hinzugehen, glaubt es mir, ihr werdet dann nichts bekommen. Und wenn ihr was bekommt als einzelner Dude ohne Gilde, dann solltet ihr am nächsten Tag auf jeden Fall direkt Lotto spielen gehen. Aber gehen wir davon aus, es ist ein Friedensboss, dann ist genau die gleiche Wahrscheinlichkeit des Loots wie auch bei allen anderen Friedensbossen, aber mit einer Besonderheit. Weil die Items von einem Gildenboss, die kann man sich ja mittlerweile auch mit Fragmenten bauen. Und diese Fragmente kann man ja auch bei einem Boss bekommen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wo gibt es diese Fragmente auch noch? Und da gibt es nämlich ganz viele verschiedene Quellen, wo ihr diese Fragmente bekommen könnt. Die fallen nämlich nicht nur bei Erzboss und das ist der große Vorteil und die Möglichkeit, eventuell in den nächsten Wochen oder Monaten diese Fragmente zu farmen. Da als allererstes natürlich durch die Amitoi-Expedition. Dort könnt ihr solche blauen Säcke bekommen und da seht ihr schon, hier Königin Belandias Seelenfragmente in meinem Beispiel. Und wenn ich jetzt die Truhe hier aufmache, dann habe ich eine geringe Chance, das Teil hier zu bekommen. Können wir einfach mal machen. Habe ich ja nicht bekommen, habe ich auch nicht mitgerechnet. Aber so könnt ihr aus einer Expedition theoretisch ein Sälenfragment bekommen. Dasselbe gilt fürs Angeln. Beim Angeln gibt es ein paar wichtige, wichtige Tipps. Erstmal habt ihr jeden Tag nur 50 Köder. Das bedeutet für jeden, der eventuell irgendwann in der Zukunft sagt, ey, ich werde jetzt mal ein paar Stunden angeln. Kauft euch jeden Tag die Köder bei den Shops. Da geht nämlich jeden Tag nur 50. Und dann, wenn ihr angelt, müsst ihr oder solltet ihr versuchen, immer nur die kleinen Fische zu angeln. Weil die kleinen Fische können zu 100% eine Truhe mit einbringen. Also ein Säckchen. Und in diesem Säckchen kann ein Fragment theoretisch drin sein. Ich habe mir sagen lassen, dass man da innerhalb von 2-3 Stunden ein Fragment bekommen kann. Das kommt natürlich auf euer Lack an und darauf, welches Level ihr habt und wo ihr angelt und was ihr für eine Angel benutzt. Aber grundsätzlich geht das beim Angeln ganz gut mit den Fragmenten. Dauert halt unfassbar lang und ihr braucht sehr, sehr viele Köder. Deswegen Köder jeden Tag kaufen, Bäume abbauen, geben Würmer. Und wenn ihr Fische fangt, dann könnt ihr diese auch wieder zerlegen für einen weiteren Köder, um dann im Angeln die Fragmente zu bekommen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, Fragmente zu bekommen. Und zwar zumindestens mal bei Tevin. Da weiß ich, wie das ganz genau funktioniert. Und zwar gibt es ja alle paar Stunden diese Overworld-Events. 2 Uhr nachts, 5 Uhr morgens, 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und so weiter habt ihr immer diese Events. Und bei Tevin ist es so, dass immer wenn diese Uhrzeit dieses Event startet, hier in den Ruin-Futuraine an 5, 6 unterschiedlichen Stellen Tevins Geist spawnen kann. Wenn dort kein Event ist, dann immer um Punkt. Wenn das Event dort stattfindet, für Ruinen von Turaine, dann um 5 nach. Wo die Orte sind, weiß ich aktuell nicht. Da müsst ihr selber einfach mal schauen. Das Gebiet ist ja nicht so groß. Ich wollte euch auch gerne heute im Stream dazu Footage aufnehmen. Aber leider war zweimal dort ein PvP-Event. Das heißt, ich konnte da leider nicht dran teilnehmen. Oder hätte ich schon gekonnt, aber ich wäre die ganze Zeit tot gewesen. Wäre nicht schön zum Anschauen gewesen. Aber hier in Ruinen von Turaine, immer zur Eventzeit, taucht dort ein Geist auf und bufft die Gegner, die untoten Gegner, die dort erscheinen. Und diese Gegner haben dann auch eine Chance, ein Seelenfragment fallen zu lassen. Die Chance ist nicht sehr hoch. Die ist genauso hoch wie jedes andere Lila-Item zu bekommen. Ungefähr 0,5%. Aber die Chance ist da. Also mit Expedition, mit Angeln und mit diesem Tevent-Trick und natürlich beim Erzboss selber, habt ihr 4 Quellen, um diese Fragmente zu bekommen. Ihr braucht, um so ein Item zu bauen, 180 Fragmente. Das heißt, ihr müsst wirklich einen sehr langen Atem haben. Und ich bin der Meinung, kein Free-to-Play-Spieler wird es jemals schaffen, diese Fragmente alle zu sammeln. 180 Stück. Sagen wir mal, ihr schafft jeden Tag mit dem Angeln 1, 2, dann mit dem Tevit-Event vielleicht alle 2, 3 Tage mal 1. Dann seid ihr Wochen und Monate damit beschäftigt, diese Fragmente zu bekommen. Meiner Meinung nach ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, sich diese Fragmente zu holen über das Auktionshaus. Dort 180 Stück kaufen und sich dann das Item zu bauen. Außer ihr gehört zu einer Top-Gilde. Dann habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, einfach in einem PvP-Boss diese Dinger zu bekommen. Ihr seht gerade, 360 kostet das. Die Sache ist aber, aktuell gibt es nur 37 auf dem Markt. Also selbst wenn ich das Lucent hätte, könnte ich gerade nichtmals mir genug Fragmente kaufen, um mir das Item zu bauen. Ich hoffe, das hilft euch ein wenig weiter, nicht zu sehr gefrustet zu sein bei Weltenbossen. Also ganz wichtig, nochmal ein kleiner Recap. Viel Schaden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr was bekommt. Der zweite Drop wird einfach random unter allen verteilt. PvP-Bosse würde ich, wenn ihr nicht zu einer riesengroßen Gilde angehört, dodgen. Und die Fragmente könnt ihr an verschiedenen Stellen farmen. Noch eine Kleinigkeit mit dem nächsten Update. Wir wissen noch nicht genau, wann das kommt. Wird es T2-Dungeons, Coop-Dungeons geben. Das bedeutet, aus diesen 1-Sterne-Dungeons hier, wird es auch noch 2-Sterne-Dungeons geben. Und in diesen 2-Sterne-Dungeons, so wie es jetzt auch schon ist, wird es weitere Welt-Boss-Drops geben. Wie zum Beispiel hier, bei 2Black gibt es ja hier diese Phantom-Wolf-Tunika zu 2%. So wird es dann in den 2-Sterne-Coop-Dungeons auch weitere Welt-Boss-Drops von den Rüstungen her geben. Das bedeutet, solltet ihr aktuell noch eine Rüstung suchen bei einem der Welt-Bossen und ihr seid nicht in einer großen Gildung, könnt Gilden-Bosse machen und habt nicht das Lust, um euch das in ein Auktionshaus zu kaufen, dann, keine Sorge, bald kommt das Coop-Dungeon-Update und Level 55 und dann könnt ihr die dort auch fahren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann kommt gerne mal vorbei. Ich bin gerade live auf Twitch und morgen um 12.00 Uhr gibt es ja auch wieder Gilden-Bosse. 7 Stück können wir da wieder machen, bin ich auch sehr gespannt. Aktuell hoffe ich sehr doll auf Elon, dass Elon mir hier seine Halskette gibt. Die würde ich sehr fühlen, das werden wir auf jeden Fall diesen Sonntag ein bisschen machen. Wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Ansonsten natürlich sehr gerne ein Like und ein Follow da lassen, wenn ihr nichts mehr zu Throne Celebrity verpassen wollt. Da wird in den nächsten Tagen viel kommen, am 17. Jahr die Sieges und dann auch endlich das Update, das Dezember-Update. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Dann 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 Dann